So, und damit es jetzt auch gleich klappt, wollen wir das jetzt mal gemeinsam üben. Wir probieren das jetzt einfach mal, das Refrain gemeinsam zu singen. Ich zähle kurz vor und dann klappt das Ganze daran super. Haben Sie alle den Text, bitte Englisch singen, der deutsche Text geht nicht ganz auf. Achtung. Drei, und. Gehen wir gleich nochmal, Sie dürfen alle lauter nicht singen. Ich hätte Ihnen mal geangeleitert. Okay, und noch mal. Achtung. Los geht's, Sie dürfen das jetzt gleich sechsmal singen. Ich gebe Ihnen jedes Mal den Einsatz, viel Spaß. Ich gebe Ihnen jedes Mal den Einsatz, viel Spaß. Ich gebe Ihnen jedes Mal den Einsatz, viel Spaß. Ich gebe Ihnen jedes Mal den Einsatz, viel Spaß. Das ist nicht bloß, viel Spaß. Das ist nicht bloß oder überhaupt nicht singen. Ja, wir kommen vielleicht fünfmal, Sieizable. Dann ist dieses Mal das zu ihr. Also, bis heute ist eines von vielenぞ Cashen, Harztachy. Amen. 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 Amen.